Guten Tag liebe Leute, ich grüße euch heute auf das Fest aus der Altstadt, genauer safe. Ich wollte euch mit rein in unserer Verein im Leben.erv organisiert am Freitag und Samstag den 21. und 22. eine Workshop über das Thema Rassismus und wir haben als Gast die liebe Frau Sabrina Rahimi, eine Rassismus-Experte aus Frankfurt und wir würden euch herzlich einladen. Wenn ihr euch anmelden wollt, ihr findet unter diesem Video unsere Instagram-Seite und unsere E-Mail-Adresse, dort konnte ihr die Anmeldung schicken. Wir haben nur begrenzte Plätze, das ist ein sehr wichtiges Workshop über unser Projekt Demokratieleben, also wird von Demokratieleben gefördert, unser Rassismus-Projekt und wir würden uns freuen, wenn ihr auch dabei seid. Wie gesagt, mehr Infos unter Instagram-Seite, sehe Video in der Beschreibung und unsere E-Mail-Adresse für die Anmeldung. Bis dann und Assalamu alaikum aus. Tschüss.